ja hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren teil vom supermarkt simulator bereit für die letzte lizenz die gucken wir uns jetzt an so hatte ich jetzt hier schon so ich habe die lampe schon bestellt sag mal kommst du hier nicht um die kurve oder was so pass auf dann gehen wir mal rein holen die letzte lizenz jawohl und machen mal den vorletzten abschnitt jawohl dann bestellen wir gleich noch ein bisschen sachen machen wir schon mal drei vier fünf sechs so so dann brauchen wir das jeweils drei mal das nimmt er gar nicht so ok dann machen wir es so so alles klar okay so dann nehmen wir erst mal das lämmchen das jetzt hier verbundet hat so und setzen das hier hin so ja okay es ist wie gesagt wir haben jetzt hier wirklich dann ein tanzer und dann nehmen wir mal das war wohl nicht so glücklich ok der das überraschungsbuch ok so ich hatte ja mir das ausgeguckt dass das hier genau hin passt noch so wo ist es denn hier ist dann haben wir hier der maulwurf wombat keine ahnung auch irgendeinen kinder und das packen wir dann da hin ja ja hol dir das mal jawohl mach mal so und nochmal also ich sehe hätten wir sogar vier mal bestellen müssen ich brauche noch mal dieses eine hier das brauche ich noch mal das wenn du nicht nah genug dran stehst so dann haben wir jetzt ja es war einmal so mit ein märchen mit einer prinzessin so dann geht das hier weiter und nochmal und dann wird das krokodil das heißt einfach nur krok also krokodil und dann haben wir hier nochmal krokodil hier ist nochmal das dritte krokodil schnie schnappi dann haben wir hier pitscher und hier pitscher pitticher die heißt wie ich pitticher hier ist nochmal pitticher 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 so und dann haben wir zuletzt vintage store book story book ja also begeistert bin ich von den büchern nicht und die haben hier nichts drin zu suchen aber naja wenn er das so will so gut dann bestellen wir noch mal da wo was fehlt ne an zweiten kartons hier nicht da nicht dort nicht zack hier nochmal und ich muss nochmal dazwischen gucken weil wegen geld hier nochmal hier nochmal hier hier ist nur einer und das muss auch einer bleiben das ist ja das papier sehe ich gerade das musste ich ja hier hin packen also nehmen wir das papier mal raus und kaufen wir hier schon mal dass ich mal gucke ob da noch einer los rennt dürfte aber nicht sein ok so dann gehen wir hier in das leichte regal so dann so dann das, das, da, das, 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 dann gucken wir hier, hier sind überall, doch zwei, hier nochmal, so, ach hier haben sie die Kartons, da haben sie wieder geteilt, okay, so, egal, schon mal die nächste Rutsche, geht irgendwer los, nein, und dann hier nochmal die, so, hier sind es zwei, zack, zack, und zack, hier noch, hier und hier, 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 so, und jetzt noch die Seite, da sind jeweils, da noch, hier, hier, da sind jeweils zwei, so, hier und hier, und hier, so, das reicht, alles klar, so, dann haben wir hier überall alles wieder full, hier geht keiner los, dann machen wir mal, uff, so, und wie immer, habe ich vergessen, ne, mal ein Bild zu machen, das sind jetzt alle Bilder, Bücher, so, 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 Leute, kommt, kommt, und kauft, geht langsam wieder an, Guten Tag, der Herr, so, oh Gott, einmal Mehl, doch so viel, nicht, dass ich ihn brauche, eben, also, das könnte ja schnell passieren, ne, so, das große Treiben geht los, immer mehr Kunden stürmen in den Laden, aber es ist noch nicht viel an Kunden an der Kasse angekommen, und gleich geht's los, gleich sind die Kassen wieder voll, da kommst du wieder nicht hinterher, und guck mal, es ist gleich 12 Uhr, seit 8 Uhr ist der Laden offen, bis jetzt habe ich einen an der Kasse gehabt, oh, da hinten, jetzt geht's los, immer mehr, immer mehr, so, der kommt zu mir, jawohl, so, ein neues Buch, jawohl, 90, und dann sagen sie wieder, oh, die Kassen sind voll, uh, 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 die Kassen sind voll, für drei Tütenchips haben sie jetzt so lange gebraucht, okay, ich weiß ja nicht, wann der in den Laden gekommen ist, ne, so, hier geht schon ein bisschen mehr ab, Zahnpasta, passend, jawohl, Eis, Tee, Kartoffeln, äh Karte, 44, 35, einmal Käse, 17, ja, die Schokolade auch noch, bitte, 163, 44, so, oh, dreimal das gleiche Buch, und dreimal das gleiche Bier, so, 135, 20, oh, das Bier geht heute gut, ne, das blaue, und Kuchen, so, die Dame, 2 Cent, bitteschön, bitte sehr, 84, 54, so, in einer Stunde geht das Licht an, so, 89, 39, 1, 2, 3, 50, 60, 1, 2, 3, jawohl, die Kassen sind voll, sag ich doch, 78, 68, ach Gott, ja, ich werde mich nie an diese großen Hunde-Futterpackungen gewöhnen, glaube ich, die erschlagen mich immer, wenn die auf der Kasse langkommen. so, 1, 2, 3, 4, so, na, ich glaube, das blaue Bier hier im Fass, das dürfte bald alle sein, das ist ja heute über meine Theke hergegangen, so, so, 159, 83, 2 mal Zucker, äh, Cent geben wir bitte, ja, 4, 90, noch ein, jawohl, Entschuldigung, aber, das ist bei mir dieser, ich sag mal, Tablettenhusten, das kann ich leider nicht abstellen, das ist eine Nebenwirkung von einem, Medikament, was ich nehmen muss, und, äh, da sag ich lieber, trockene Husten, als Nebenwirkung, als irgendwas anderes, oder die Krankheit, also mit der Nebenwirkung kann ich leben, ich hoffe ihr auch, 1, 2, 3, dann huste ich halt mal ab und zu, okay, zack, 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 39 Pfirsich, ist schon wieder, blaues Bier im, du auch, blaues Bier im Fass, kam noch gar keine Meldung, ich, äh, fand das und das Produkt nicht, der hat sehr viel abzuspülen, jawohl, passend, ist auch schön, Sushi, ja, 90,10 Euro, 45,08, okay, 30 Cent, die haben alle Drillinge, oder kaufen es irgendwie für mehrere Kinder in ihrer Family, die Bücher, 135,09, jawohl, jawohl, einmal Schnaps, ist wichtig nach so einem harten Arbeitstag, oh, grünes Bier, 13, 60, 62, jawohl, da kommt immer noch die Meldung, die Kassen sind voll, ich habe das Gefühl, dass ich schon unheimlich viel abkassiert habe, oh, 1 Cent, 47, 79, bim, 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 71, 60, 50, bim, 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 6, 7, 8, 50, 80, 86, bitteschön, so, 159, 97, 40, 46, 50, 94, bitteschön, was mir ja auch so ein bisschen fehlt sind so dosen so eingewecktes gemüse also es gibt so gar kein obst und gemüse hier in diesem laden bis auf kartoffeln aber wie gesagt das soll ja noch kommen 191 0 3 ich sehe ein ende meiner schlange so daher was darf ich ihnen antun 3 mal zahnpasta ja das ist anständig so dann kann ich ja wohl und der kasse weg dann machen wir hierzu und das drehen wir um das ist aber wirklich mal gut dass mit den hähnchen war eine gute idee so dann gucken wir hier mal ja die bücher sind auch gut weggegangen jetzt weiß ich natürlich nicht was sie schon aufgefüllt haben ja nur ihr lieben das einzige was ich euch dann wirklich noch zeigen kann ist hier der letzte ausbau und ich glaube dafür mache ich kein extra part mehr weil das ist ja nicht wirklich irgendwas neues ja ich werde hier auch nichts mehr umbauen und ich bin am ende des contents angelangt von dem was bis jetzt rausgekommen ist ich weiß auch nicht ob ich das let's play fortsetzen werde wenn hier neuer content kommt ich habe jetzt noch so viele spiele demos updates und was weiß ich die ich gerne mal anfangen möchte und ob jetzt noch ein lieferservice dabei ist und neue produkte oder so außer es ist dann mal ausdrücklich der wunsch dass ich das weitermachen wenn dann obst und gemüse drin ist oder was dann schreibt mir das in die kommentare oder in meinen discord macht doch bitte weiter dann werde ich mir das zu herzen nehmen und das let's play weitermachen ansonsten ist das jetzt hier beendet weil ich es gibt nichts mehr zu zeigen wir haben alles bis auf das teil hier ausgebaut ich habe alle lizenzen alle produkte und ja es würde jetzt nur noch langweilig sein dann würde ich sagen morgen fängt dann ein neues let's play an ich habe da auch schon was im kopf und ja ihr lieben dann sage ich vielen vielen dank fürs zuschauen ich würde mich über ein däumchen nach oben freuen und dann sage ich tschau tschau bis zum nächsten mal tschüssi dann an 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 dann aí Vielen Dank.